Willkommen zurück bei Everspace. Mal kurz gucken, 3, 3, 9, ok. Ja, wir sind im nächsten Abschnitt. Bis zum nächsten Mal. Gut, dann kommen wir uns jetzt um den Ocker. Müssen auch immer angeben, die Ocker. Schiffshaber und Nanobots. Eine Sache, die ich eigentlich schon die ganze Zeit mal machen wollte. Äh, äh, Grafik. Äh, Steuerung? Nö. Spiel. Ne. Hä? Da stand doch, man kann das umstellen. Äh, hm, 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 hm. Aber wo kann ich denn dann das umstellen? Hm, verstehe ich nicht. Ok, das hacken wir Operieren Jäger, Jäger, ok, zwei Ockerjäger Den sollte ich eigentlich klarkommen Läger, ok, zwei Ockerjäger So, hier haben wir noch gerade eben irgendwas gesehen, was wir spannend Ok, erstmal machen wir Credits Treibstoff Frachtwrack Weiß nicht, ob es das war, aber das nehmen wir natürlich mit Genau, hier Hier habe ich eigentlich irgendeinen größeren Asteroiden, oder? Die alle so Nö, die sind alle wohl eh nicht groß Dann kommen wir auch in die nächste Zone So, springen Wir müssen das nächste Mal, wenn eine Ockermacht ankommt Gleich abhauen Ja, das geht doch Ein paar Jäger So, so haben wir ja noch, da ein bisschen Treibstoff, auch das finden wir gut leichte Raketen, auch die nehmen wir gerne mit ein Händler, den suchen wir eben auf Plasmafeld, auch nicht zu verachten extra hier war es jetzt kurz gucken wie ich bin entdeckt worden ich habe mich ja gar nicht versucht zu verstecken Schildbooster so ja komm schon wunderbar ok, hier sind auf jeden Fall jetzt noch ein paar Sachen zum einsammeln der ist nicht besser als meins ok, wir haben noch Gas drinnen auf jeden Fall irgendwo und 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 da ja, den nehme ich doch der ist ja in allem besser Gas-Sammeldrohne irgendwo ist da noch Gas drinnen, wie komme ich denn da rein müssen wir irgendwo Schilder oder sowas haben haben sie nicht, zumindest nichts was ich sehe dann machen wir doch eher uns auf den Weg zum Sprungtor ich hoffe, dass ich hier diesmal vielleicht dann doch eher mal wieder an die 10.000 Credits rankomme und es geht ab ja und das da hinten sieht interessant aus das sieht vor allem so ein bisschen nach einer Falle aus das sieht gut aus okay, wir haben hier irgendwo drauf liegen wir kriegen auf jeden Fall Okay, die sind noch ein bisschen weg. Hmm, wo komme ich hier rein? Hallo? Ah. Okay, da kommen wir nicht raus. Ockerjäger, Ockerdrohne. So, dann nehmen wir uns noch den Ockers an. Ui. Schöne Explosion. Treibstoff und Credits. Da sind alles da hinten Sachen. Ja, ab zur nächsten Zone. Ne, wir wollen ja auch sektormäßig nochmal gucken, dass wir da jetzt nicht Ewigkeiten hier brauchen. Okay, dann nehmen wir uns hier wohl mit Gmb an. Mhm. 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 Ja, da haben wir schon mal einen Transporter. Und momentты. Mhm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, komm, die ist schon kaputt Und wir eben kurz hier vorne erstmal den ganzen Kram einsammeln und vor allem gucken, können wir irgendwas reparieren Ja Ja, ich kenne den Raketenmeer, ne? Hm Hm Klappt ja nicht, dass sie das überleben werden Ja Ah, okay Das muss man jetzt weniger gehen, ne? Das gibt's doch nicht Irgendwas kann man uns nicht ändern Modulauflader Ne Ich kenne den Raketenmeer Ist doch auch schon total kaputt So, wo ist jetzt das gute Schiff? Da Ich kenne den Raketenmeer Ich kenne den Raketenmeer Das geht's doch nicht anders Ich kenne den Raketenmeer Mal eben kurz gucken, vielleicht können wir gleich wenigstens ein bisschen was reparieren. Und wir können Raketen bauen, das ist gut. Okay, er ist da hinten. Wir fliegen erstmal ein Stück langsam auf ihn zu. Und den greifen wir in der nächsten Episode an. Ich hoffe, er ist ja wieder mit dabei und sagt, bis dahin.